Ich bin aus Hamburg, aus dem Studio 1984. Jens Live. Jens Live. Jens Live. Willkommen, schönen guten Abend. Man sieht hier die Faust von Spock durchs Bild fliegen. Gute Laune, der Herr, freut mich. Ja, super Musik am Anfang immer, ne? Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ich grüße euch. Vier Wochen ist es her, haben wir festgestellt. 24. Februar war die letzte Sendung. Und ja, jetzt haben wir schon wieder Ende März. Die Zeit fliegt gerade krass. Unglaublich. Oder? Ja, das ist irre. Konto ist schon wieder leer, Monatsende. Der März ist aber auch besonders lang. Der hat, glaube ich, fünf Wochen. Und der Februar dafür extrem kurz. Also ich finde, beim Februar ist es so. Aber trotzdem leer. Ja, genau. Aber gut. Aber weißt du, beim Februar ist es so, du hast gerade die Januar-Miete überwiesen. Ja, und dann kommt der Februar. Und dann kommt schon wieder der März. Das hat einen Tempo, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Da steckt bestimmt irgendeine Verschwörung hinter. Wahrscheinlich. Julius Cäsar, oder? Du meinst, man könnte das neu ordnen und sagen, wir haben gar nicht 52 Wochen, sondern es sind weniger. Man hat uns das bisher noch nicht gesagt. Eigentlich, das Jahr hat nur 30 Wochen. Genau, und Klaus Schwab ist schuld. Natürlich. Ja, schön, dass wir hier wieder beieinander sind. Und ich sehe auch, der Chat ist schon wieder ganz aktiv dabei hier überall aus dem deutschsprachigen Raum. Aber aus ganz Europa haben wir hier die Comirnaty am Start. Ja, Libelle ist auch schon wieder da, aus England, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Aus Luzern, schön. Wie ist dir ergangen? Oh. Wie ist mir ergangen? Ich glaube, darüber muss ich nachdenken. Jens, wie ist dir denn ergangen? Ich habe flach gelegen, mal wieder so richtig. Ach ja, genau. Mich hat es richtig erwischt. Also ich hatte seit langer Zeit mal wieder Fieber. Es hat alles wehgetan. Vor vier Jahren hatte ich meinen letzten Infekt und jetzt hat es mich wieder erwischt und umgehauen. Aber ich muss sagen, es ist erstaunlich. Also ich bewerte ja sowieso seit vielen Jahren schon Krankheit vollkommen anders. Das ist für mich ja auch eine Form von Wachstum. Also man wird einfach ausgebremst und wird dazu gezwungen, über sich und die Welt nachzudenken. Endlich mal so auf sich selber reduziert. Ja. So und ja, und da hat es ja auch eine ganze Zeit Zeit für. Ihr wart ja, die ganze Familie war, glaube ich, hatte das. Genau. Einer nach dem anderen. Genau. Habe ich dir auch, glaube ich, gleich gesagt, als du mir das erzählt hast. Mensch, hier, der Kleine ist krank. Ja, dann viel Spaß. Das wird rumgehen, habe ich gesagt. Ja. Und ihr habt alle flach gelegen. Und was ist denn, ist bei euch was passiert? Also du meinst, es passiert also das, was ich erlebt habe? Ja, ja, habt ihr da irgendwas draus ziehen können tatsächlich auch? Also auch zusammen, also jeder Einzelne sicherlich, du, das weiß ich ja schon. Naja, für die Kinder war es natürlich doof, weil Ferien waren. Und in Ferien ist man einfach nicht gerne krank. Ach, Ferien. Okay. Ja, wir haben ja in Hamburg immer diese wunderbaren Skiferien. Die Osterferien, ja. Genau, das sind die vorgezogenen Osterferien für die. Frühjahrsferien. Für die zweieinhalb Leute, die da Skifahren gehen. Aber es ist jetzt wieder eine Verschwörungstheorie. Nee, und was ich draus gezogen habe, ich habe wirklich eine sehr starke Verbindung zu mir selbst bekommen. Und das hat sich gut angefühlt und trotzdem war es ätzend. Ja. Und ich habe halt so einen Moment gehabt, wo es mich auch voll umgehauen hat. Also ich war gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Und dann war so ein Moment da, wo ich irgendwie alles losgelassen habe und ganz plötzlich aus dem Stehgreif eine halbe Stunde weinen musste. Das war krass. Das habe ich, also das war, also früher hätte ich das unterdrückt und hätte gesagt irgendwie, oh, das will ich nicht spüren. Und das hatte aber keinen Zusammenhang jetzt zu irgendwie, dass du jetzt Schmerzen hattest? Nee. Das war einfach so ein... Das war einfach wirklich plötzlich da. Das war so ein Moment der Traurigkeit. Warst du da alleine? Ja. Okay. Und der war so intensiv. Das war krass. Wann war denn das? Weißt du das noch, das Datum? Nee, Datum kann ich dir nicht sagen. Habe ich auch nicht darauf geachtet. Ich war einfach in diesem Moment und es war total befreiend, erleichternd und es hat sich so angefühlt, wie das Alte geht und was Neues kommt. Also weil ich habe mir natürlich im Nachhinein Gedanken darüber gemacht, weil es gab jetzt nicht diesen Trigger dafür, sondern es war einfach da. Aber ist das nicht das, worüber wir auch im Moment immer so viel lese und hören und auch irgendwie Gäste hatten, die darüber geredet haben, über diese Zeit, die wirklich auch tatsächlich tageweise solche Veränderungen bringt, die man so deutlich spüren kann, weil sie irgendwie einfach in der Luft liegen. Andere sagen, im Feld liegen. Ja, natürlich. Das ist das kollektive Bewusstsein, ganz klar. Das habe ich auch gehabt, tatsächlich. Also du hast ja angefangen, mich zu fragen, wie es mir ergangen ist. Ich habe in den letzten vier Wochen tatsächlich auch viele solche Momente gehabt, die unglaublich intensiv waren, obwohl nichts los war. Also auch nicht mit anderen Leuten, aber wo ich so intensiv gespürt habe, dass da irgendwelche Kräfte am Werk sind. Also Störkräfte, aber auch Hilfskräfte. Und habe mich tatsächlich da einfach reingegeben und versucht, in das Vertrauen zu gehen und nicht so zu sagen, oh, das fühlt sich aber jetzt an wie eine Depression, sondern einfach zu sagen, okay, da kommt jetzt was rein, das lasse ich jetzt mal zu. Das wird irgendeinen Sinn haben oder ich kann eh nichts dagegen tun, dann lasse ich das jetzt mal laufen. Also damit habe ich, also so mit so Aufs und Abs, die aber keinen besonderen Anlass haben, genau wie dein Wein, wo du auch gesagt hast, das hatte keinen besonderen Trigger. Es war einfach eine Traurigkeit, die da war und die raus musste. Und das ist aber so schön, weil, wie gesagt, vor Jahren hätte ich das noch verdrängt und versucht, mich irgendwie abzulenken. Und mittlerweile ist das so, dass ich für mich gelernt habe, halt Gefühle zuzulassen. Und das ist so gut. Und ich sehe hier gerade in unserem Chat, schreibt jemand, Krankheit ist Energieverlust. Da würde ich gerne was zu sagen, Ingrid, weil, also Ingrid schreibt das, Krankheit ist Energieverlust. Und ja, wenn es natürlich eine dauerhafte Krankheit ist und es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Krankheit das ist, aber ich spreche jetzt über diese Form der Krankheit, also ein Infekt, der kommt, der einen für eine Woche oder zwei Wochen oder so niederstreckt und wo man dann danach wieder auf die Bahn kommt. Ich spreche jetzt nicht über Krankheiten wie Krebs oder chronische Erkrankungen oder so, sondern tatsächlich über sowas. Und das finde ich halt, also für mich ist das kein Energieverlust in der Bilanz am Ende, sondern sogar Energiegewinn. Weil ich das Gefühl habe, ich wachse dadurch ein Stück. Und man kann das bei Kindern wunderbar sehen, wenn Kinder krank sind und danach haben sie meist irgendeinen echten Sprung gemacht nach vorn. Dann können sie plötzlich irgendwas, was sie vorher nicht konnten. Sie sind gewachsen, sind größer geworden. Also von daher kann ich das mit, ja doch. Also ich kann mir das, ich kann mir das vorstellen, wenn du das jetzt von dir erzählst, dass du sagst, na Mensch, ich habe zwei Wochen einfach verlachgelegen. Ich weiß auch, wir konnten auch nicht telefonieren, weil das mit dem Sprechen einfach nicht gut ging und du auch schlapp warst. Und wir haben auch mal telefoniert und dann hast du nach 20 Minuten gesagt, ich bin jetzt schon wieder total fertig, weil es anstrengend war. Und wenn man dann eben einfach nichts machen kann und aber trotzdem ja stundenlang wach ist, weil der Tag ist ja nun mal da. Und dass man dann, wenn man so auf sich selbst zurückgeworfen ist, einfach viel nachdenkt und sich selbst erlebt. Dass das Dinge macht und man da gestärkt rauskommt, das sehe ich sofort bei Kindern. Die machen sowas ja in der Regel nicht. Die meditieren dann ja nicht mit sich so. Nee, aber die sind ja ganz anders angebunden. Ja, genau. Aber da habe ich auch tatsächlich den direkten Blick nicht mehr so drauf wie du, weil ich habe ja keine Kinder im Hause. Ja, genau. Und ich habe sie ja noch im Hause und auch in dem dementsprechenden Alter. Jan schreibt hier, du bist nicht alleine. Seit ein paar Monaten haut es mich auch immer wieder um mit Weinattacken. Ja, interessant. Das höre ich auch von vielen aus meiner Umgebung. Also jetzt nicht, ob das Traurigkeit ist, aber ob das teilweise auch so eine Stille ist, also so eine In-sich-Gekehrtheit. Und ich glaube, das ist genau das, was du meinst mit dem kollektiven Feld. Da ist irgendwas los und das spürt man als sensitiver Mensch halt extrem stark. Und ja, ich für mich musste lernen, das zuzulassen. Kann nur sagen, dass es, seitdem ich es zulasse, für mich ein Energiegewinn ist. Ja, geht mir auch so. Also wenn man sich nicht mehr wehrt und sagt, oh Mensch, und mir geht es heute so scheiße und sich den ganzen Tag darauf konzentriert, dann raubt es auch gar nicht mehr die Energie, die es vielleicht früher geraubt hat. Ja. Wir haben heute einen spannenden Gast, Professor Franz Hörmann. Allerdings müssen wir gestehen, wir konnten es nicht mit ihm hier testen, technisch, weil Herr Hörmann ist noch in einem Kongress, in einem Online-Kongress. Und wir hoffen, das klappt. Also weil hier einige schon fragen, wo ist denn der Gast? Wo bleibt Herr Hörmann? Genau. Der muss jede Sekunde irgendwie hier auftauchen auf diesem Bildschirm bei mir. Irgendwann wird er sich hoffentlich einwählen, wenn alles klappt. Ja, genau. Das war eine kleine Zwischenmeldung zu unserem Gast. Und ich habe einen, oder wolltest du noch was zu dem anderen sagen, Spock? Ach, man könnte so viel sagen, aber man könnte auch weitermachen im Text. Wir hatten im Vorgespräch zu der Sendung darüber philosophiert, wie wichtig es ist, einfach das Alte grundsätzlich loslassen zu können, um dem neuen Raum zu geben. Ja, ist ja nochmal wieder ein anderes Thema. Ja gut, auch da könnte man sicherlich einen Zusammenhang ziehen. Weil das, was mir auffällt ist, dass das offensichtlich auch etwas ist, was im, wie hast du es gerade genannt, kollektiven Bewusstsein gerade passiert. Denn es gibt so viele Leute, bei denen das passiert, also im Umfeld. Ich merke das bei allen. Es ist nicht nur bei mir und nicht nur bei dir. Es sind ganz viele Leute, bei denen echt das Gleiche passiert. Und nicht, weil sie sich absprechen. Ja, Libelle schreibt dazu, so schön kann es sein, dass man spürt, dass nichts jemals so wird, wie es einmal war. Also unbeschwerter, leichter, fröhlicher. Also ich, es soll eigentlich wieder so werden, unbeschwerter, leichter, fröhlicher. Aber ich befürchte, darüber haben wir auch beim letzten Mal gesprochen, das wird halt einfach noch eine ganze Weile dauern. Also die Frage ist, wie lang ist dieser Prozess, durch den wir da durch müssen? Und das kann ja niemand wirklich konkret beantworten. Du kannst jetzt zum Beispiel die Astrologie befragen werden jetzt auch. Aber ist das nicht auch immer, muss man da nicht auch den Unterschied zwischen dem Innen und Außen machen? Also der Prozess da draußen, das kommt mir so vor in diesem Moment, wo du sagst, das dauert so, der Prozess dauert. Ja, aber das ist das da draußen. Hat das überhaupt was mit mir zu tun? Also habe ich nicht einen eigenen Prozess und kann der nicht, der ist ja schon im Gange und vielleicht kann der auch einfach irgendwann zu Ende sein oder er ist nie zu Ende. Naja, das kommt ja ein bisschen darauf an, wie sehr du durch das, was im Außen geschießt, geschieht, geschießt, guck mal, Frau Schäfer-Sprecher, was da geschieht, genau, dass du, dass du, wie sehr du dich, also wie sehr du da reingezogen wirst, auch durch das, wie dein Leben ist, also wie dein Alltag ist. Also natürlich was anderes, ich sag mal, wenn du jetzt alleine bist, ja, so wie du jetzt im Moment, also alleine im Sinne von, du hast ja eben gerade gesagt, du hast jetzt keine Kinder, die irgendwie im Moment gerade irgendwas von dir wollen und das ist eine andere Situation, als wenn du so wie ich jetzt noch schulpflichtige Kinder hast, ja, weil du dann mit dem Außen natürlich viel stärker konfrontiert wirst und auch viel mehr getriggert wirst, eben auch über deine Kinder. Ja, weil die halt natürlich so viel auch mitbringen, ne, vom Außen, also Mitschüler, Eltern von Mitschülern, ach, hier, Elternversammlung, Lehrer, Lehrkörper, sowas meinst du, ne? Ja, natürlich, ne, alles, was dazu gehört, die ganzen, Sportvereine, ja, aber auch eben die ganzen Regeln, die im Moment da sind, die es eben auch nicht leichter machen, im Gegenteil, die halt einfach, ja, nerven. Und mit denen, also du musst dich da irgendwie arrangieren, weil es ist ja am Ende so, man ist ja eine Gemeinschaft, auch eine Klasse ist ja eine Gemeinschaft und da gibt es nun mal einfach unterschiedliche Meinungen und da sind nun mal einige, die so denken, was zum Beispiel jetzt die Maske angeht und andere denken da so drüber. Und irgendwie muss man da die ganze Zeit, also man ist damit konfrontiert und kann sich dem nicht so entziehen, wie jetzt jemand, der sagt, ja, ich... Ich mach die Tür hinter mir zu und... Genau. Ich meine, du kannst theoretisch morgen auch in den Flieger steigen und nach Haiti gehen oder nach Hawaii oder nach, ich weiß nicht, auf die Malediven. Ja, und jetzt sagst du irgendwie, das kannst du ja nicht. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage, ne? Könntest du auch? Ja, das ist wieder Verantwortung, die man im Kopf hat, aber, ne? Naja, das ist dann wieder aber die Frage natürlich, die Verantwortung, die du auf der einen Seite im Kopf hast, aber auf der anderen Seite eben auch jetzt die sozialen Kontakte der Kinder. Ja, ähm, gut, am Ende ist es so, dass man, also, dass die Kinder da glücklich sind, wo man selbst glücklich ist. Genau. Und das größte Problem, was ich da habe, ist, dass ich im Moment nur sagen kann, ich kenne jetzt nicht so viele Orte weltweit, wo ich jetzt behaupten könnte, da könnte ich mir vorstellen, zu leben. Was eigentlich auch schon ein bisschen komisch ist, angesichts der Tatsache, wie groß diese Welt ist, ne? Ja. Also, ich könnte mir einige Sachen vorstellen, tatsächlich. Und was hindert dich dann daran? Ähm. Und jetzt sag nicht irgendwie das Geld oder so, das ist mir zu einfach. Also, weil, weil letztendlich, ne, das lasse ich nicht gelten. Okay, fragst du mich was, aber ich darf nicht antworten. Okay, ähm. Ähm, nee, ähm, mich hindert nicht wirklich was da dran. Es ist nur noch die Entscheidung nicht getroffen. Genau. Ähm, also, hindern würde ja bedeuten, dass ich jetzt tatsächlich, also auch wirklich unbedingt weg will und dann aber noch hier bin. Das ist aber noch nicht so weit. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, an anderen Orten der Welt zu leben. Habe ich ja auch schon. Ähm, und interessanterweise hatte ich eigentlich fast überall, wo ich war. Ja, egal, wo das war. Das Gefühl, kann ich nicht einfach hierbleiben? Also, ich bin mit diesem Gedanken sehr vertraut. Und ich habe auch schon, ich habe ja schon im Ausland auch gelebt, auch länger. Ne, das Verrückte ist ja vor allem, du nimmst dich überall mit hin. Also, ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst, ist tatsächlich zu glauben, dass wenn du woanders hingehst, dass da alles besser wird. Auf jeden Fall. Also, es wird nichts besser in dem Augenblick, wo du für dich die Probleme, die du hast, nicht gelöst hast. Da bin ich aber ausgewildert. Also, ich würde nicht mehr weggehen. Ausgewildert ist schön. Ich würde da, also, den Zahn braucht man mir nicht mehr ziehen. Also, ich würde nicht woanders hingehen, um etwas, also, um meinen eigenen Problemen zu entfliehen. Also, den habe ich echt schon hinter mir. Aber das ist, also, ich würde jetzt mal behaupten, dass das bei den meisten so ist. Also, das ist sicher oft so, aber ich, die meisten kenne ich nicht. Es ist ja wie so eine, gut, okay, die meisten ist irgendwie so eine schlechte Quantifizierung. Aber es ist ja so wie, also, da kann man ja ganz viele Beispiele auch aus anderen Bereichen nennen. Und sagen also, jemand, der sich von seiner Partnerin trennt und in neue Beziehungen eingeht. Super Beispiel, genau das ist mir auch gerade eingefallen. Das löst das Problem nicht. Du musst das Problem erst lösen und dann funktioniert das ganz anders. Du kannst nicht irgendwie die Partnerin wechseln oder den Partner und dich selber aber nicht verändern und denken, da sind wir wieder bei Einstein, eine Definition des Wahnsinns, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das hilft nicht. Also, ich kann nicht dasselbe, ich kann jetzt, ich kann nicht nach Amerika gehen, dasselbe machen und denken irgendwie, ja, Mensch, das ist ja Amerika, da wird alles geiler. Das ist Quatsch. Aber den habe ich auch nicht. Also, darum geht es auch nicht. Es ginge darum, grundlegend Dinge zu ändern, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun würden und die ich auch möchte. Also, angefangen bei so einfachen Sachen wie, also auf Mallorca ist das Wetter auch besser, Wasser wärmer. Also, das ist so eine einfache Sache, ja. Also, ich weiß für mich, wenn ich im Warmen bin, dann lebe ich besser. Das ist aber interessant. Aber es gibt auch Leute, die sagen irgendwie, das ist mir alles viel zu warm, für mich wäre Finnland das Beste. Also, das ist ja, vor ein paar Jahren hätte ich das auch noch gesagt, lieber in die Kälte als in die Wärme. Mittlerweile ist es genau andersrum, also sehe ich ganz genau so. Ich genieße das, wir haben jetzt hier seit wahrscheinlich zwei, drei. Wer nicht jeden Tag seine Meinung ändert, ist ein Idiot. So sieht es aus, hat Karl Jagerfeld gesagt, du hast von mir gelernt. Angeblich. Dieses Zitat. Wissen wir das eigentlich, ob er das wirklich gesagt hat? Was wissen wir überhaupt? Wir wissen noch gar nichts. So sieht es aus. So, warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade sterbengelegt? Total, ja. Nee, pass auf, ich wollte ein Zitat in dem Zusammenhang noch bringen und zwar von Rudolf Steiner, was ich heute gefunden habe. Du weißt ja, ich bereite mich immer intuitiv auf diese Sendung vor und was mir so über den Weg läuft. Und ich finde, das passt sehr schön. In Zeiten, in denen Niedergangskräfte dominieren, kommt es auf den ganzen Menschen an. Auf den Entschluss, nicht mit dem Strom, aber auch nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern Neuland zu schaffen in sich selbst und in seinem Wirkungskreis. Und das, finde ich, bringt es gut auf den Punkt. Da sind wir wieder bei dem, nicht dagegen sein, auch nicht irgendwie groß dafür, sondern einfach das Neue zu erschaffen, so wie du gerne leben möchtest. Um dann ein gutes Beispiel für andere zu sein, sich dem anzuschließen. Oder auch nicht. Das würde ich schon als Zusatz nicht unbedingt dazu nehmen. Ich bin ja dafür nicht verantwortlich und ich bin ja auch kein Missionar. Also ich würde, also da habe ich immer gedacht, so ja, für Kinder trifft das zu. Also ich bin ja kein Freund des Wortes Kindererziehung. Ich bin ja eher so für Vorleben. Ja, Erziehung geht gar nicht, weil da schon das Wort ziehen, zerren, ziehen drin ist. Ja, vielleicht, genau, vielleicht sagt da auch wieder die Wortschöpfung einiges aus. Aber da würde ich das vielleicht so sehen. Jetzt habe ich den Fall verloren. Es geht darum, das Neue, guck mal, so ist ganz gerecht heute. Nein, ich habe gesagt, also das Neue einfach zu bauen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was am Ende, und da sind wir auch wieder beim Thema Eigenverantwortung, beim Thema Selbstbestimmung, am Ende ist es das, worum es geht. Und das ist der größte und bestmögliche Beitrag, den jeder abliefern kann, seine eigenen Baustellen aufzuräumen und das, was man kritisiert, besser zu machen. Ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder, nicht mit dem Missionar, wo du gesagt hast, ja, vielleicht irgendwie andere mitzunehmen oder anderen zu zeigen, was man besser und wie man es besser macht. Nee, da bin ich eher so, also, ich bin da eher so für, sich was zu überlegen, das dann zu leben, und dann wird sich das zeigen, und wenn andere das auch gut finden, dann zeigen die sich auch. Die kommen dann schon. Vielleicht werden auch welche gehen. Ich meine, das haben wir, glaube ich, alle erlebt in den letzten zwei Jahren, dass sich neue Bindungen ergeben und alte lösen. Und darüber kann man jetzt traurig sein, aber man kann darüber auch glücklich sein, weil das eine ist blöd, das andere ist gut, gleicht sich das alles wieder aus. Ich glaube, da muss man gar nicht zerren und irgendwas vorleben und erziehen und missionieren. Ich glaube, dieses Bild, sich einfach so in den Wind zu stellen, offen hinzustellen und zu sagen, geh durch mich durch und mach, was passieren muss. Ich glaube, das ist, und sich selber nicht so ernst zu nehmen dabei, ich glaube, das ist das, was es gerade braucht. Naja, das ist aber diese Form von Authentizität, die man erstmal erreichen muss. Und dazu gehört aber auch eben das komplette Portfolio an Emotionen und an, also, man darf auch wütend sein. Also, es gibt zum Beispiel jetzt, also, es gibt zehn oder 15 Dinge, darüber könnte ich jetzt richtig wütend lospreschen und würde ich jetzt nicht tun, weil, sonst schmeißen wir den Kanal wahrscheinlich gleich raus. Nein, aber, weißt du, also, da gibt es auch eine echte Wut in mir und die lebe ich dann auch, aber die lebe ich eben, also, mit mir selbst, ja, und geh da durch. Ich habe bei dir oft festgestellt, dass diese Wut sehr temporär ist, dass das so eine Sache ist, die übermannt dich manchmal, dann kommt das raus. Genau, aber das ist wie mit der Traurigkeit. Ja, aber, ähm, ich habe das auch oft erlebt, dass du eigentlich weißt, dass das jetzt auch eigentlich Energieverschwendung ist. Genau. So. Und trotzdem, Entschuldigung, aber das ist ein gutes Stichwort. Danke, dass du das sagst, weil das, also, kannst Gedanken lesen, das kannst du ja sowieso. Also, ähm, das ist genau, ähm, der Punkt. Dennoch, auch wenn ich weiß, dass es Energieverschwendung ist, ist es trotzdem gut, es da sein lassen zu dürfen und das zu durchleben. Weißt du, also, der, der, der Verstand wird jetzt sagen, ähm, versuch schnell aus der Wut rauszugehen und es wegzubügeln. Mhm. Aber das heißt nur, dass genau die Wut sich eine halbe Stunde an einer anderen Stelle wieder zeigt, weil sie gesehen werden will. Sie will genauso gesehen werden wie die Traurigkeit, wie die Freude, wie, genau. Also, ich kenne das oft, bei mir ist die dann aber weg in dem Moment, wo ich dann merke, ah ja, okay, jetzt war ich gerade wütend, ähm, und dann finde ich diese Energieverschwendung schon so blöd und dann ist das auch erledigt. Also, so ist das bei mir. Ich merke dann so, ach du Kacke, ey, Alter, ich bin hier voll getriggert irgendwie und jetzt fällt auch noch der Salat runter, ähm, natürlich fällt der runter, klar, der schreit ja gerade dazu, äh, geradezu danach, wenn ich eh schon so gereizt bin. Natürlich fällt dann der Salat runter und die Tomate hinterher, ähm, und, äh, und dann höre ich auch auf und dann ist gut. Gut, dann stelle ich fest, ja, okay, du bist stinkig, dann ist jetzt auch gut. Also, mir reicht das festzustellen, also, ich bin in dem Moment raus, wenn ich feststelle, dass ich da gerade drin bin, dann bin ich raus. Das reicht mir auch. Und dann freue ich auch, dann mich auch, dann lache ich auch meistens da drüber und denke mir so. Ja, das ist auch Übungssache, ne? Und es ist auch wichtig, ein Gegenüber dafür zu haben und, äh. Oh, ja, das ist so schön, wenn da jemand ist und mit einem, also mit einem mitlacht. Ja. Oh, ist das schön. Und ich hab das in letzter Zeit dankenswerterweise oft, dass da jemand mitlacht. Ja. Hier Alois Schmittler schreibt oder fragt, ähm, was soll Freiheit sein? Ich finde, das ist auch nochmal eine gute Frage, was ist grundsätzlich Freiheit? Dazu hab ich interessanterweise, guck mal, das passt wieder alles hier, äh, wie so ein Puzzle zusammen, auch ein Zitat gefunden und zwar von, äh, Orwell, der gesagt hat, falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Puh, ja. Naja, das ist wieder, aber, naja, das ist, ja, erinnert mich an dieses Ding über den Journalismus, so alles andere ist Propaganda. Journalismus sagt, was andere nicht wollen, dass man es sagt, alles, ansonsten ist es Propaganda. Geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja. Ich hab hier noch, ich muss kurz antworten, da fragt jemand an Spock, aber das denkt man erst im Nachhinein, wenn schon alles passiert ist, oder, was ist das, ich kann das gar nicht lesen, Idiot Flower, steht da Idiot Flower. Ähm, ja, im Nachhinein, ähm, aber ist nicht immer alles im Nachhinein? Ja, es gibt diesen Moment, natürlich. Das ist, nachdem ich dann schon stinkig war, ähm, aber es ist jetzt nicht so eine Stunde später oder so, es ist halt schon währenddessen, aber in dem Moment wird es dann zum Nachhinein. Also das ist der Moment, wo es zum, im Nachhinein wird, würde ich sagen. Bist du immer noch bei der Freiheit? Ne, bei dem runterfallenden Salat und merken, dass man irgendwie, äh, stinkig ist gerade oder irgendwie getriggert oder dass einem noch irgendein Furz quer setzt. Ich würde gerne noch mal bei Freiheit bleiben. Also was ist Freiheit? Was ist Freiheit für dich? Schwierig. Guck mal, das ist genau das, was man mit ganz vielen Dingen hat. Man redet ganz oft drüber, aber wenn es dann zu dem Punkt kommt, das zu beantworten, dann, es ist, also Freiheit ist in erster Linie, also dann fange ich mal an, ist ein Gefühl. Nämlich das Gefühl, mich selbst leben zu dürfen und, ähm, dafür erstmal keine Restriktionen zu bekommen. Okay, ich habe eine Antwort für dich. Freiheit ist für mich, selber zu entscheiden, wovon ich mich abhängig mache. Hm, das ist ein schönes Zitat. Ist das von dir? Ähm, nee, das ist kein Zitat. Ist von dir? Nee, es ist auch kein Zitat. Okay. Das ist so, es ist so mein Gedanke, ähm, und, äh, es liegt daran, dass man, also, dass ich finde, dass man ja immer mit anderen Leuten im Kontakt ist. Und dadurch, also viele Leute sagen ja immer, sie wollen unabhängig sein. Und ich glaube, dass das gar nicht geht. Man kann nicht unabhängig sein. Du kannst nicht unabhängig sein von dem Gedanken an deine Familie. Das geht nicht. Aber du kannst dir das aussuchen, von wem oder mit, also in welchen Abhängigkeiten du steckst. Willst du unbedingt einen Kredit haben und ein Haus abzahlen? Willst du ein teures Auto haben? Oder willst du ein Haus am Meer haben, aber das kann über die Ufer treten? Oder, ähm, willst du eine Frau im Haus haben und dich mit der absprechen müssen über, keine Ahnung, den Abwasch oder die Farbe der Socken? Also dann ist Freiheit sozusagen, die Wahl zu haben. Ja. Die freie Wahl zu haben, also, weil, weil ich habe ja eben gesagt, Freiheit ist das sozusagen, sich so, also, im Leben zu dürfen, ohne Restriktionen zu bekommen. Aber natürlich, das ist schon klar, das könnte jetzt falsch verstanden werden, weil, ähm, es muss natürlich Regeln im Zusammenleben geben. Genau. Und diese Regeln, diese Sachen im Außen, die interessieren mich quasi gar nicht. Im Sinne vom Freiheitsbegriff interessieren die mich gar nicht. Ich bin überzeugt davon, ähm, dass man, also, dass auch jemand, der in Nordkorea lebt, innere Freiheit verspüren kann. Selbst wenn er nicht raus darf, ähm, ich glaube, dass das eher eine Geisteshaltung ist. Also das ist zumindest heute Abend hier um 21.31 Uhr das, was ich gerade dazu denke. Aber da ich, gut, ich bin jetzt nicht Karl Lagerfeld, aber ich kann, ich schließe nicht aus, dass ich das morgen anders denken würde. Oder wenn du jetzt sagst, irgendwie, kommst du mir mit einem Argument, dass das alles Quatsch ist, dann würde ich das mir anhören und sagen, ja, okay, stimmt, vielleicht war das Blödsinn. Na, am Ende ist Freiheit, also Freiheit ist auf jeden Fall etwas, was man, wenn man, wenn man ein spiritueller Mensch ist und wenn man da auch geschult ist, also Spiritualität, das klingt immer so, wenn man, man braucht ja für alles eine Übung. Also Meditieren erfordert Übung, achtsam zu sein erfordert Übung, ist alles etwas, was man, was man üben kann und was man auch spielerisch üben kann, was man immer mehr in sein Leben ziehen kann. Was dann dazu führt, also vom Effekt her, dass man quasi das, was im Außen ist, eben dich nicht mehr triggert oder dich weniger triggert oder kaum noch triggert. Du gehst damit nicht mehr in Resonanz und das macht dich frei, was bedeutet, dass du für, also dass du Freiheit überall, am Ende sogar, im tiefsten Kerker fühlen kannst. Und dafür gibt es Beispiele. Denk an Herrn Mandela oder denk auch, denk an Apo, der seit, weiß ich nicht, wie lange im türkischen Gefängnis sitzt und einfach unglaubliche Bücher über Gesellschaft schreibt und alles voraussagt, was gerade passiert. Also Abdullah Öcalan, der ist gefangen seit, ich weiß gar nicht, ich hab's vergessen, aber sitzt da im Gefängnis und schreibt Bücher und ich glaube, der ist in einer Freiheit, von der wir gar keine Ahnung haben. Und Mandela war das, glaube ich, auch, als er im Gefängnis war. Zumindest hat er auch oft solche Sachen gesagt. Ich würde gerne mal, weil im Chat wirklich da viele Kommentare jetzt zu reinkommen, Dietmar Böse schreibt, Freiheit ist ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen und sich das auch leisten zu können. Ich hatte hier noch einen Kommentar, der jetzt irgendwie weggerutscht ist. Ach hier, Freiheit ist ein Glücksgefühl, sagt Niednagel. Und Freiheit ist nicht das Fehlen von Verpflichtungen, sondern die Fähigkeit, sich zu entscheiden und sich zu verpflichten für das, was das Beste ist. Ja, das geht in die Richtung mit den Abhängigkeiten, was ich meinte. Ja, super, also wirklich tolle, dann Roger Walter sagt, Freiheit ist das, was man in seinem Herzen fühlt. Freiheit ist Einheit mit der Natur. Wir sind hier, Lotte Nix schreibt, wir sind abhängig von Bedingungen, wo wir nicht Nein sagen dürfen. Ansonsten gibt es kein Geld, ob Sozialleistung oder Laun. Wir existieren in unserem System nur mit Geld. Ohne Geld bekommt man nichts. Da ist natürlich jetzt auch, also da passt jetzt unser Gast, Professor Hörmann, sehr gut. Der sicherlich gleich kommt. Ja, der kommt, ich bin davon überzeugt. Der ist unterwegs, spür ich. Ja, ja, der war noch in irgendeinem Vortrag oder sowas. Genau, in irgendeinem Kongress, ja, ganz genau. Ja, das haben wir auch noch nicht gewagt. Eine Zuschaltung ohne vorherige Probe, ne, jetzt müssen wir... Aber live ist live, das ist ja das Schöne an live eigentlich. Ich glaube, das nimmt ja auch, naja, am Ende ist es doch genau das, also ich habe ja nun wirklich viele Jahrzehnte auch auf der Bühne gestanden. Jetzt der Mann, der das Risiko erlebt. Nee, aber es waren immer die besten Abende, wenn irgendwas schiefgegangen ist bei der Performance. Du hast mal irgendwas erzählt, dass irgendjemand aus dem Publikum was gerufen hat oder geworfen oder irgendwas und daraus ist irgendwas, das hast du mir aber auf irgendeiner Fahrt mal erzählt, irgendwie gab, kam irgendwas aus dem Publikum und dann seid ihr darauf eingegangen. Ja, das ist häufiger passiert. Irgendwas Doofes und dann wurde da aber was Gutes draus. Ja, das ist häufiger passiert. Also da gibt es viele Momente, also auch solche Situationen, dass in der ersten Reihe eine Frau sitzt, die so einen Lachanfall bekommt und die sich nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Das ist ja auch geil. Was dann auf uns übergesprungen ist und wir mitlachen mussten und wirklich also eine Viertelstunde so sehr, dass nichts mehr ging, ja. Ja. So, jetzt höre ich gerade hier, Professor Hörmann ist da. Ist ja ein Ding. Dann, ähm, freue ich mich jetzt. Dann schauen wir, du musst mich vorstellen, der weiß gar nicht, dass ich da bin. Das mache ich, ähm, das mache ich. Der Ton ist offen, höre ich gerade aus der Regie, noch haben wir kein Bild. Aber wie gesagt, es ist ungeprobt und ich muss sagen, für ungeprobt sind wir einfach mal mutig heute. Und das, ach, wunderbar. Also wir sehen was, hören wir auch was? Professor Franz Hörmann, hallo Herr Hörmann. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja, wunderbar, dass das funktioniert hat. Ich habe doch tatsächlich heute bei Wikipedia nachgeschaut und da steht, Sie haben am 23. März Geburtstag, ist das richtig? Das ist sogar korrekt, ja. Weil ja, die müssen wir singen. Die sind ja nicht gelogen. Ausnahmsweise. Dann sagen wir jetzt ganz herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, große Ehre für uns, dass Sie an Ihrem Geburtstag Zeit für uns haben, toll. Wie geht es Ihnen in diesen wilden Zeiten? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die Zeiten gar nicht so wild. Also das, was jetzt gerade passiert, habe ich schon seit 20 Jahren erwartet. Vielleicht nicht gerade in dieser Form, aber es ist zumindest originell, das in eine Pandemie zu verpacken. Ja. Also da, ich möchte noch ganz kurz meinen Kollegen Spock vorstellen. Den können Sie nicht sehen. Der ist nur zu hören, aber der ist da. Wunderschön, guten Abend auch von mir. Alles Gute für das neue Lebensjahr. Vielen Dank. Und ja, unbekannter, unsichtbarerweise auch herzliche Grüße von meiner Seite. Dankeschön. Herr Herrmann, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und ich habe einen Auszug von Ihnen gesehen. Ich habe mir das hier notiert, am 28. Oktober 2011 waren Sie bei Reinhold Beckmann in der Talkshow. Und zwar mit dem ehemaligen Finanzminister Theo Weigel, mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Philipp Rösler und mit dem Finanzexperten Dirk Müller. Ja, das steht mit dem anderen. Ja, da wäre jetzt mal meine Frage. Also haben Christian Lindner und Robert Habeck schon angerufen, um eine ähnliche Diskussion heute mit Ihnen zu führen? Nein, nein, bis jetzt leider noch nicht. Aber ich bin natürlich immer bereit, mich mit allen möglichen Leuten gerne an den runden Tisch zu setzen und dann sachlich die Meinungen auszutauschen. Denn ich habe es auch damals gesagt, Beckmann hat mich ja gefragt, warum ich das Geldsystem abschaffen will. Genau. Und das war und ist auch gar nicht meine primäre Intention, sondern ich habe damals das gesagt, was ich heute immer noch sage. Ich denke, dass das verzinste Schuldgeldsystem nicht funktionieren wird. Und es hat auch in der Vergangenheit nie funktioniert, das wissen wir. Es ist eben so, solange die Bevölkerung in der breiten Masse das nicht versteht, was die wesentlichen Fehlfunktionen dieser Art von Geld sind, solange werden wir diverse Krisen und Probleme immer wieder durchlaufen müssen. Und es ist auch ganz, ganz interessant, dass wahrscheinlich die wenigsten Geldsystemkritiker das wirklich durchschaut haben. Der Zins ist natürlich ein Problem, aber wir sehen, auch wenn man ihn auf Null stellt oder auch in den negativen Bereich kippt eine Zeit lang, lösen sich die Probleme nicht. Das wirkliche Hauptproblem ist die doppelte Schuld bei der Geldschöpfung als Giraldgeld in der Geschäftsbank. Also normalerweise, wenn ein Gläubiger einem Schuldner etwas leiht, dann ist er Gläubiger, hat also die Forderung und der Schuldner hat die Schulden. Und im Fall der Verbuchung von Krediten einer Geschäftsbank ist es eben anders. Da sind buchtechnisch beide Schuldner, die Bank und der Kreditnehmer. Und das muss systemisch nach einer gewissen Zeit dazu führen, dass alle Banken pleite sind. Natürlich kann man, wenn man das im Vorhinein schon weiß, sie natürlich noch mehr in den roten Bereich hineindrücken zum eigenen Vorteil. Und das machen ziemlich sicher auch viele, die dazu die Möglichkeit haben. Deswegen hat William K. Black, ein ehemaliger Bankenaufseher in den Vereinigten Staaten, sein Buch auch genannt, The best way to rob a bank is to own one, wo er das also genau erklärt hat, wie die Politiker und die Bankeigentümer die Banken zulasten des Steuerzahlers plündern. Gibt es denn jetzt schon dann die Franz-Hörmann-Bank? Nein, ich würde mich ehrlich gesagt auch dagegen verwehren, im alten System eine Bank führen oder gründen zu wollen. Ich habe etwas anderes getan. Ich habe dann im Internet eine Seite eingerichtet, zukunftsbanken.eu. Und dort schlage ich vor, dass man den Bankern, die ja durchaus, also William K. Black hat dann den Begriff des Banksters geprägt. Also es sind die unehrlichen, gaunerhaften Banker. Und ich denke, man sollte den 95, 97 Prozent der ehrlichen und ehrenwerten Banker die Möglichkeit geben, auch wieder ihren Ruf wiederherzustellen und durchaus auch von der Bevölkerung wieder geliebt zu werden, indem man sie einfach umwandelt, das Geschäftsmodell der Banken, und sie zu Wissensmanagement-Institutionen macht. Denn das Wissen in der Gesellschaft zu verbreiten und in der Kooperation zusammenzuarbeiten, das wird die große Herausforderung in der Zukunft sein. Und Bilanzen und der Konflikt immer an der Grenze zum Kunden und zum Lieferanten, also diese Preiskämpfe an diesen künstlichen Rechnungswesenfronten, um es mal so zu sagen, die verhindern, dass ehrlich kommuniziert wird. Und wir geben natürlich unsere besten Ideen nicht weiter, denn das kriegt möglicherweise ein Konkurrent und dann schießen wir uns selbst ins Knie. Um das jetzt nochmal konkret zu verstehen oder zu erklären für all diejenigen, die vielleicht sagen, wieso, was ist denn da los? Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Also ich versuche es jetzt mal zu erklären und Sie können mir ja bitte sagen, ob ich es zumindest schon mal verstanden habe. Wenn ich zu einer Bank gehe und mir 10.000 Euro leihe, dann werden diese 10.000 Euro quasi online ins System reingestellt und dann habe ich ja diese 10.000 Euro irgendwann mit Zinsen zurückgezahlt. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, bleibt, obwohl ich das Geld zurückgezahlt habe, dieser Betrag im System drin? Na eben nicht. Sehen Sie, wie gut, dass ich nachfrage. Genau. Der Ablauf ist folgendermaßen. Wenn Sie bei der Bank 10.000 Euro leihen, dann ist es nicht wirklich eine Leihe, denn Sie erhalten nichts von Wert. In der Regel erhalten Sie ja kein Bargeld, wenn Sie einen Kredit beantragen, sondern Giralgeld. Und dieses Giralgeld ist nichts anderes als ein Buchungssatz im Bankcomputer. Und es ist aber ein Buchungssatz, der die Bilanz gegen Verbindlichkeit bei der Bank verlängert. Das heißt eigentlich eine Schuldnerbuchung. Man muss sich das so vorstellen, das Giralgeld ist der Schuldschein der Bank, weil die Bank Ihnen kein Bargeld ausgezahlt hat. Also ein Schuldschein auf Bargeld. Früher war es ja so, dass unsere Banknoten Schuldscheine auf Gold waren. Ja, noch vor 1971, bevor Nixon das Bretton-Wood-Abkommen aufgehoben hat. Also die Konventierbarkeit des Dollars in Gold, waren die Banknoten in Wirklichkeit Schuldscheine auf Gold. Die waren gegen Gold noch eintauschbar. Dann allerdings hat man sich von der Golddeckung gelöst. Und mit dem Giralgeld hat man quasi jetzt noch einen weiteren Schuldschein auf diesen ersten Schuldschein kreiert. Das ist auch einer der Gründe, warum die höheren Riegen in der Bankenwelt das Bargeld gerne abschaffen wollen. Wobei das natürlich ein bisschen Paradox ist, denn wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann fragt man sich, was für eine Forderung soll dann das Giralgeld überhaupt sein? Ja, auf gar nichts mehr. Und jetzt passiert aber Folgendes. Wenn Sie den Kreditvertrag unterschrieben haben, dann haben Sie selbst auch einen Schuldschein erstellt, in der gleichen Höhe wie das Giralgeld, das Ihnen gut geschrieben wird. Und da wir auch auf beiden Seiten, Kreditnehmer und Bank, die gleiche Buchung durchführen, nämlich bilanzverlängernd, kann es auch rechtlich nur ein Schuldscheintausch sein. Und kein Darlehen. Bei einem Darlehen gibt der Gläubiger etwas von Wert, ein Vermögensgegenstand hin an den Schuldner. Und genau das passiert hier nicht, sondern es werden zwei gleichwertige Schuldscheine getauscht. In der Praxis passiert es dann oft, dass die Bank den Kreditvertrag sofort an andere Institute weiterverkauft und sich damit zu 100% refinanziert. Dennoch kann sie aber den Kredit betreiben und Zinsen und Rückzahlungen, Tilgungen verlangen. Und wenn man dagegen klagt, in aller Regel der Richter, der gibt sich dann mit einer Kopie des Kreditvertrags zufrieden. Ganz so, als hätte er von Wertpapierrecht keine Ahnung und wüsste nicht, dass ein Inhaber-Forderungspapier immer nur der rechtmäßig besitzt, der dann auch die Forderung stellen kann. Also wenn ein Richter mit einer Kopie des Kreditvertrags verlangt, dass man den Kredit tilgt, dann müsste man konsequenterweise auch mit kopierten Geldscheinen bezahlen. Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass also eine Bank, die einen Kredit verliert, also weil ich nicht zahlen kann, hat dann quasi gar keinen Verlust? Da habe ich sogar ein Gutachten darüber erstellt. Ja, das ist korrekt. Die Bank hat deshalb keinen Verlust, denn sie hat ja den Kreditvertrag erhalten. Und den kann sie ja selbst wieder verwerten. Der Kreditvertrag mit ihrer Unterschrift ist ja in Wirklichkeit der Wert. Das ist der unterschriebene Schuldschein. Das heißt also am besten nie einen Kredit machen, ja? Oder so viel Kredit wie möglich und dann klagen gegen die Rückzahlung. Also es ist irgendwie absehbar, dass das Kreditgeschäft nach altem System nicht mehr funktionieren wird. Denn man darf eines nicht vergessen, Ende der 80er Jahre hatten wir in den Vereinigten Staaten die Saving and Loan Crisis. Das ist genau das, was William K. Black in dem Buch The Best Way to Rob a Bank Is the Own One beschrieben hat. Da sind ungefähr 3000 kleine Sparkassen zusammengebrochen, wurden mit Steuergeld gerettet. Und das war unter der Reagan-Ära. Damals war das wirtschaftspolitische Dogma, jetzt brauchen wir mutige Investoren, die diese Pleitebanken zum Schnäppchenpreis kaufen. Und die werden wir dann gar nicht mehr regulieren, weil der freie Wettbewerb macht sie dann einfach wieder gesund. Und so ist das dann auch passiert. Und William K. Black erzählt auch, wie die Sache dann weiterging. Er schreibt in seinem Buch, alle, die diese Schnäppchenbanken gekauft haben, waren Strohmänner, die haben sich das Geld von Mafiabossen geliehen. Und kaum das ihnen die Bank gehört hat, haben sie dem Mafiaboss einen Kredit ausgereicht, der wesentlich höher war als der Kaufpreis der Bank. Der hat den natürlich nicht zurückgezahlt. Die Bank ist wieder zusammengebrochen und musste wieder gerettet werden. Und irgendwie erinnert mich dann das an die laufenden Bankenkrisen, die wir auch in Deutschland und in Mitteleuropa haben, so seit 2008, 2009. Das reißt ja in Wirklichkeit nicht ab. Und wie ist jetzt Ihre Prognose? Sie sagten eingangs, als ich Sie gefragt habe, wie es Ihnen geht, dass Sie all das, was hier jetzt gerade passiert, dass Sie damit irgendwie auch gerechnet haben, dass Sie nicht wussten, dass es jetzt in Form von Covid passiert, aber dass es so weit kommen muss, ist für Sie jetzt nichts Überraschendes. Wenn Sie jetzt mal all Ihr Wissen und Ihre Intuition zusammennehmen, was sagen Sie, wo stehen wir? Also, dass das alles zusammenbricht und auch das Geldsystem und dass der Euro nicht funktioniert, das habe ich jetzt schon so oft gehört in den vergangenen Jahren, aber es funktioniert ja noch, also bis heute. Also bis heute war gerade bei der Bank, habe Euronoten aus dem Automaten geholt, hat funktioniert. Was ist das für ein Argument? Also mir hat man vorgeworfen, dass ich, das muss so 2011, kurz nach dem Erscheinen meines Buches, das Ende des Geldes gewesen sein, vorhergesagt habe, der Euro werde demnächst zusammenbrechen. Und das werfen mir manche meiner Freunde heute noch vor, wir haben ihn ja immer noch, wir verwenden ihn noch. Und ich sage, nein, wir haben ihn definitiv nicht. Denn aus meiner Perspektive ist ein Zahlungsmittel entweder ein gesetzliches Zahlungsmittel oder gar kein Zahlungsmittel. Und dass wir den Euro scheinbar noch verwenden können, verdanken wir dem Umstand, dass mit dem Europäischen Rettungsfonds sowohl gegen den Vertrag von Lissabon, also eine der höchsten Rechtsnormen der EU, als auch gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen wurde. Und man kann nun wirklich nicht sagen, eine Währung ist eine gesetzmäßige Währung, wenn ich die wichtigsten und die höchsten Rechtsnormen in Europa brechen muss, nur um dieses Spielgeld scheinbar noch aufrecht zu erhalten. Also für mich und für jeden wissenschaftlich konsequent denkenden Menschen ist der Euro daher schon lange kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Und wenn wir genau schauen, dann enthält er ja nicht einmal alle Merkmale eines Wechsels, die er eigentlich haben sollte. Und deswegen hat man, wenn man mit der Lupe genau sieht, findet man auf den Eurobanknoten ja auch diesen kleinen Copyright-Vermerk, dieses C im Kreis. Denn um ihn wenigstens irgendwie schützen zu können, hat man da eben einen Markenschutz angebracht. Ja, weil sonst könnte man die, die die Geldscheine kopieren, ja überhaupt nicht dingfest machen. Aber nochmal von Ihnen jetzt so die, also was empfehlen Sie? Also wenn man jetzt, gut, das ist jetzt noch eine weitere Frage. Ja, ich kann schon sagen, was ich empfehle. Ich empfehle auf jeden Fall, die innere emotionale Einstellung zu hinterfragen. und von der Idee eines Wertes in Form eines Kontostands oder Geld von Geldbündeln komplett loszukommen. Ja, das ist eine historische Prägung, eine Form der Gehirnwäsche, die leider Gottes dazu geführt hat, dass wir kaum noch kooperationsfähig sind, weil wir uns, das Geldsystem ist ja ein Nullsummenspiel, wir tauschen ja immer die gleichen Werte ein. Also wenn ich eine Ware um 100 kaufe, dann bekommt der Verkäufer von mir einen Geldschein, ja, für 100 und ich die Ware und das ist ein Nullsummenspiel, ja, denn ich bekomme 100 und gebe 100 hin. Und in einem Nullsummenspiel können wir nicht ehrlich kooperieren. Das haben wir bei Poker schon gelernt. Bei Poker gibt es zwei Gewinnstrategien. Das eine ist das Poker-Face, ich gebe keine Informationsweiter und das andere nennt sich Blööf, ich täusche mit Vorsatz. Und solange wir symmetrische Preise verwenden, ja, also für 100 Ware um 100 kaufen, ja, werden wir automatisch unehrlich zu unseren Geschäftspartnern sein, denn alles andere würde uns benachteiligen. Wir würden uns selbst benachteiligen, wenn wir hier ehrlich wären. Nicht, es gibt auch Plus-Summenspiele, wo wir alle gemeinsam ins Plus gehen, ja, und wir können gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren. Ja, aber wir gewinnen nie zu Lasten anderer. Und das ist eine Grundregel. Wenn wir überhaupt mit Zahlen bewerten wollen in unserer Gesellschaft, dann wäre die oberste Regel, keine Nullsummenspiele zu konstruieren. Und was wäre dann die Kooperation? Das ist die reine Kooperation. Man kann das zum Beispiel bei David Graeber nachlesen. Und im wunderbaren Buch Schulden die ersten 5000 Jahre, hat über 600 Seiten und wenn es geht, würde ich empfehlen, das im englischen Original zu lesen. Er ist Anthropologe. Und er hat zum Beispiel, wie die Anthropologen das über 150 Jahre schon tun, den Ökonomen die Türen eingerannt, weil er nachgewiesen hat, dass es nie eine Tauschwirtschaft gegeben hat in der menschlichen Geschichte. Getauscht wurde nie innerhalb der gleichen Sippe, innerhalb des gleichen Stammes. Innerhalb des gleichen Stammes hat man kooperiert. Und die wichtigste Wirtschaftsstruktur war zum Beispiel bei den nordamerikanischen Indianern ein Lagerhaus. In dem Lagerhaus hat man eben alles gespeichert, was diese Sippe und dieser Stamm benötigt hat. Werkzeuge, Kleidung, Waffen, Kartoffeln, Lebensmittel. Und wenn jemand etwas benötigt hat, ist er einfach hingegangen. Wenn die Kartoffeln weg waren, hat er das dem Bauern gesagt, er soll noch welche anpflanzen. Aber wenn der Lagerleiter gesagt hätte, ich gebe dir den Sack Kartoffeln nur für einen Tomahawk, dann hätte er gesagt, warum eigentlich? Da drüben ist das Lager der Tomahawks, da holst du einen und wenn keiner da ist, dann sagst du dem, der die wieder zusammenbaut, der die fabriziert. Das ist die Kooperation. Und Tausch hat es aber schon gegeben, und das ist ganz witzig, aber nur mit Angehörigen anderer Stämme. Und da hat man sogar ein Ritual draus gemacht. Und da hatte man dann, wenn diese getauschten Gegenstände offensichtlich ungleichwertig waren, hatte man gleich wieder einen Grund, den eins überzuziehen und da einen kleinen Krieg anzufangen. Also getauscht wurde nur mit den anderen, die man, wenn es dann erforderlich war, auch heftig gleich bekämpfen konnte. Aber ist sowas mit, also jetzt mal, vielleicht ist die Frage naiv, aber das ist die Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt, ist sowas grundsätzlich mit nahezu acht Milliarden Menschen möglich? Also wie wäre das möglich? Absolut. Ja, wir würden eine völlig andere Informationsstruktur benötigen. Im heutigen Internet ist das in Wirklichkeit relativ einfach. Ich empfehle in dem Zusammenhang Gesellschaftsverträge, denn die binären Verträge, also dass wir immer einen Käufer und einen Verkäufer haben, die dann automatisch ein Nullsammenspiel spielen, das funktioniert nicht gut. Wenn ich in einer Gemeinschaft, zum Beispiel im Dorf oder in einem Bezirk, in einer größeren Stadt lebe, dann schließe ich einen Lebensvertrag und einen Gesellschaftsvertrag mit der Gemeinde, in die ich integriert bin. Und dort gebe ich bekannt, was ich leisten kann, was ich freiwillig leiste, was mich begeistert, was ich auch gerne tue mit Hingabe und mit Liebe. Meine Leistung wird dann eingeteilt in die Prozessketten, die diese Leistung benötigen. Und im Gegenzug trage ich dort auch ein, was ich selbst benötige, den Lebensraum, die Kleidung, die Nahrung, die technischen Hilfsgegenstände, was auch immer. Und die Gemeinschaft erzeugt dann in dieser Synergie alles das, was sie gemeinsam verwenden wollen durch Kooperation. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir dann wirklich transparent und vollständig und ehrlich kommunizieren und das Wissen auch weitergeben. Und genau dazu gibt es in der alten kommerziellen Welt, wo alles bepreist ist und natürlich auch alles verknappt wird, um den Preis zu erhöhen, keine Motivation. Wenn wir uns das heutige Internet ansehen, dann wissen wir alle, da gibt es natürlich die Open-Source-Gemeinde und da gibt es auch Bücher, die man gratis als PDF herunterladen kann. Das sind aber dann eher meistens schon ältere Auflagen und Ähnliches. Also das, was so neu auf den Markt kommt, dafür gibt es immer einen Preis. Und damit wird das Angebot natürlich verknappt, obwohl man sagen muss, wenn das jetzt Bits und Bytes sind, wie zum Beispiel PDF-Dateien, fragt man sich ja wirklich, wie man so etwas überhaupt verknappen kann. Wenn wir also in den Kopierschutz denken, der Software-Spiele oder auch von Videos, von DVDs, dann ist das ja eigentlich witzig, denn wir erzeugen hier ein eindeutiges Merkmal, also einen Schlüssel, einen Code, nur um sozusagen eine Eindeutigkeit zu erzeugen von etwas, was aber in der Grundstruktur beliebig kopierbar ist. Und ich erzähle im Hörsaal meinen Studenten immer folgende Geschichte, also ein Gedankenexperiment, wenn man so möchte. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe eine Technologie, wo man meisterhafte Gemälde wie zum Beispiel die Mona Lisa auf der Molekülebene eins zu eins replizieren könnte. Also ich stelle die Mona Lisa unter einen Glaskasten und nach kurzer Zeit erscheint sie an einer anderen Stelle eins zu eins praktisch identisch und kein Experte kann die Kopie vom Original unterscheiden. Unterscheiden, ja. Und dann stelle ich die Frage, jetzt gibt es aber einen Eigentümer, der Mona Lisa selbst, die ja sehr wertvoll ist, und jetzt überlegen wir mal, wenn jeder, der die Mona Lisa haben will, sie sich in diesem Replikator selbst herstellen kann und sie meines Weges aufs WC hängt, ja, welcher Schaden entsteht dem ursprünglichen Eigentümer des Originals der Mona Lisa. Wenn wir das zu Ende denken, werden wir erkennen, wenn es um den Nutzwert geht, gar keiner, denn er wird ja nicht enteignet, ja. Nur wenn es um den Tauschwert geht, erleidet er einen Schaden und das ist die nächste Lektion, wir müssen uns in der Gesellschaft vom Tauschwert abwenden, um den Nutzwert zu wenden, was zugegebenermaßen nicht ganz einfach ist, weil der Nutzwert immer subjektiv und situationsbezogen ist. Der ist nicht so einfach aufgrund einer Zahl, einer linearen Skala vergleichbar. Der ist mehrdimensional, multidimensional. Wann, also Sie haben heute Geburtstag, deswegen stelle ich die Frage oder anders gefragt, werden Sie und ich das noch erleben, dass wir in so einer Gesellschaft leben oder wie weit sind wir davon entfernt? Ja, selbstverständlich. Wir dürfen eines nicht vergessen und das ist das, was ich auch immer noch sehr gerne erzähle. Wir sind ja in der technischen Entwicklung inzwischen viel, viel weiter, als die normale Bevölkerung auch nur ahnen kann. Zwei Beispiele. Im Bereich der Energie stehen wir unmittelbar davor, die Neutrino-Energie nutzen zu können. Okay, was ist das? Neutrinos sind ganz, ganz kleine, beinahe masselose Elementarteilchen, die kommen in der kosmischen Strahlung vor und zwar in rauen Mengen. In einer Sekunde rauschen 60 Milliarden davon durch unseren Daumennagel, durch einen Quadratzentimeter und früher war man der Meinung, die wären masselos und daher auch wechselwirkungslos und das stimmt, wenn die also so auf den Erdball zurauschen, dann kommen sie fast in der gleichen Menge auf der anderen Seite wieder hervor, verlassen uns dort wieder, weil sie nämlich kaum wechselwirken. Aber es gab einen Ingenieur Schubart in Deutschland, der schon sehr früh vor vielen Jahren versucht hat, Investoren dafür zu interessieren, diese Art der kosmischen Strahlung möglicherweise in Elektrizität umzuwandeln. Naja, und die Energieversorger haben den vor Gericht gebracht und gesagt, das ist ein Betrüger. Der Richter hat im Physiklehrbuch nachgesehen, hat dort gelesen, masselos und wechselwirkungslos und der ist tatsächlich dann ins Gefängnis gekommen. Aber 2014 hat es einen Nobelpreis gegeben dafür, dass ein Physiker nachweisen konnte, Neutrinos haben doch Masse. Und es gibt mittlerweile auch das Katrin-Experiment in Karlsruhe, wo Physiker aus aller Herren Länder daran arbeiten, die Genauigkeit des Massegehalts des Neutrinos um den Faktor 100 zu erhöhen. Das heißt, wenn wir um 100 Mal so genau wie sagen können, wie hoch der Massegehalt des Neutrinos ist, dann können wir tatsächlich sofort im industriellen Maßstab Neutrino-Energie nutzen. Und dazu muss man jetzt eines wissen, was das bedeutet. Die Neutrino-Nutzung wird erfolgen in Form von Folien. Folien, die wir auf unsere Handys, auf unsere Taschenrechner, auf unsere Laptops kleben. Die kleben wir auf die Fassung unserer Glühbirnen, wenn wir sie irgendwo einschrauben. Und das heißt, die müssen dann an keine Leitung mehr angeschlossen werden, denn die sind direkt vor Ort mit der Energie ausgestattet, die sie dann benötigen. Wir brauchen also nicht mehr Energie erzeugen und wir brauchen sie nicht mehr transformieren, in ein Netz einspeisen und dann an den Verbraucher schicken, der sie sowieso nicht verbraucht, sondern der sie nur wieder umwandert, weil Energie ja nicht verbraucht werden kann. Also schon diese kommerzielle Terminologie ist eigentlich. Das ist einmal auf der einen Seite. Da haben wir grenzenlos Energie dort überall, wo wir sie haben wollen. Und der andere Aspekt, da gibt es dann noch zwei spannende Entwicklungen. Das andere war eine Pressekonferenz in Genf aus 2016, wo zwei russische Wissenschaftler bekannt gegeben haben, sie könnten nun praktisch jedes Element des Periodensystems in jedes andere transportieren, ohne dass Radioaktivität frei wird. Okay. Und dann haben sie noch zwei Dinge dazu gesagt. Das erste war, das wäre gar nicht die Neuigkeit, die sie hier verbreiten wollten, das könnten sie schon seit über zehn Jahren, aber jetzt, 2016, wäre das im industriellen Maßstab möglich. Und dann kam noch ein kleiner Zusatz, über den ich mich wirklich ausgeschüttet hab verlachen. Dann kam nämlich noch der Zusatz über die wirtschaftlichen Folgen, sind sie sich noch nicht im Klaren. Ich mir schon, denn nur ein knappes Gut ist ein Wirtschaftsgut. Economics is the best use of scarce resources. Naja, und jeder Physiker, der das wahrscheinlich behauptet, lebt auch gefährlich, oder? Ja, selbstverständlich, aber man muss ja dazu sagen, wenn wir das einmal wissen, dann kann es auch für Lithium und seltene Erden und was man uns jetzt als einredet oder Öl und alles, alles das, was wir momentan, wo wir momentan einen Mangel beobachten, der wieder Preise bewegt, das wird es nicht mehr geben. Es hat vor ungefähr 20 Jahren auf einer Unterseite der Vereinten Nationen der United Nations Website eine Seite gegeben an der technischen Innovation, da war die Wahlszahl 2045 dabei und die nannte sich Manageable Meta, gestaltbare Materie und da stand dabei, Manageable Meta ist die Methode, wie wir direkt aus Licht, aus Photonen Materie herstellen können. Also das ist dann der Replikator aus Raumschiff Enterprise, wo ich mir das Wiener Schnitzel auf den Teller beame und das ist dann wieder verschwunden, nach zwei, drei Jahren war die Seite weg, war nicht mehr nicht den Beweis hätten, dass so etwas kommen wird und im letzten Sommer gehe ich dann immer auf Recherche, habe ich in drei Mainstream Journalen, populärwissenschaftliche Physikjournale auf YouTube, die sind so Mainstream, dass sie sich sogar vom Klimawandel drauf fürchten, die werden nicht einmal gefaktencheckt, so sind die eingeschworen und auf allen drei Kanälen stand die große Sensationsmeldung, wir wissen heute, wie wir aus Licht Materie herstellen. Okay, das heißt, das ist alles quasi schon da, wenn ich das richtig verstehe? Das ist schon da, es ist nur nicht am Markt, also der Markt, das heißt unser Gesellschaftssystem und natürlich auch das wirtschaftliche und politische System, also das System, nachdem wir etwas zahlen müssen, je seltener es ist, desto teurer und das System, wo eben große Hersteller diese Dinge produzieren, um sie dann auf einem Markt zu vertreiben und dann wieder andere Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. Also in diesem Umfeld können wir diese Technologien nicht zu den Menschen bringen. Das ist ganz klar, denn wenn würden wir das tun, dann würden ganze Industrien zusammenbrechen und das würde bedeuten, dass, ich würde sagen, ein paar hunderttausend Leute von heute auf morgen arbeitslos sind und kein Politiker würde also mit diesen Problemen gleichzeitig heute umgehen können. Es ist nur eben so, dass wir diese Art von Politik dann auch nicht mehr benötigen werden. Auf der anderen Seite müssten Sie dann ja auch für die Energie nicht mehr arbeiten, also weil die wäre dann ja da. also das heißt exakt. Wir werden in, ich nehme an, in wenigen Jahren in einer sehr kleinräumigen, in einer sehr ländlichen oder zumindest naturverbundenen, in einer sehr freien und selbstgestalteten und in einer mit heute noch von komplett unverstandenen technologieversorgten Gesellschaft leben. Und da wird es natürlich bestimmter Schulungen bedürfen und bestimmter Erklärungen, um den Menschen begreiflich zu machen, dass diese Dinge wirklich real sind und wie sie sie verwenden können. Und dass das kein Unglück ist, wenn man zum Beispiel dann arbeitslos ist, aber bestens versorgt mit allem, was man zum guten Leben braucht. Das heißt, am Ende ist es ja dieses also nicht das System zu bekämpfen, sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, wir müssen das System, was existiert, aus unseren Köpfen heraus bekommen. Ja, wir müssen die größten Ängste, die das Wirtschafts-, das Rechts- und das politische System in uns erzeugt hat, denn wir sind ja angstgesteuert. Schauen wir uns die Pandemie an. Wir sind an allen Ecken und Enden durch Ängste gesteuert worden über die letzten Jahrhunderte. Krieg war zum Beispiel eine Schlüsselangst auch immer wieder. Klimawandel, you name it. Also Ängste waren das Schlüsselelement der Steuerung in dieser hierarchischen Gesellschaft. Und wenn wir nun mit bestimmten sehr fantastischen Technologien ausgestattet sind, sodass diese Ängste für uns eigentlich keine Bedeutung mehr haben, es ist vollkommen klar, dass diese alte politische Steuerung dann auch nicht mehr funktionieren wird. Und das sollte dann allerdings auch in jenen Gesellschaftskreisen keine Angst erzeugen, die bisher dachten, dass es dieser Angststeuerung auf jeden Fall bedarf, um die Gesellschaft friedlich und ruhig zu halten. Wenn wir in dieser Art von Wohlstand leben, dann wird es auch ganz sicher zu keinen aggressiven Konflikten mehr kommen, denn wenn eine kleinräumige Siedlung sich mit allem, was sie zum guten Leben benötigt, selbst versorgen kann, ja warum sollte die dann irgendeinen aggressiven Akt setzen. Ist das das, was sie mit holistischer Gesellschaftsreform meinen? Ja, ja. Vielleicht können sie das zum Ende des Gesprächs noch mal erläutern und den Ausblick geben. Es gibt auf der deutschen Website unter dem Begriff, also bei der Wikipedia, unter dem Begriff normative Wissenschaft eine schöne Konklusion, nämlich damit ist die Möglichkeit normativer Wissenschaft nach wie vor umstritten. Was heißt das? Normative Wissenschaft ist die Wissenschaft des Sollens, was für mich immer ein völliger Nonsens war. Warum, also wenn es um Sollen geht, frage ich erst das, wer glaubt, dass ich etwas soll und warum soll mich das interessieren? Ja, also hier geht es um eine Steuerungsmacht, die man unter dem Deckmantel der Wissenschaft versteckt hat und diese normativen Wissenschaften haben keine wissenschaftliche Methode, daher sind sie genau genommen Wissenschaften nur dem Namen nach, aber nicht wirkliche Wissenschaften und das Interessante ist, zu diesen Wissenschaften zählt aber die Ökonomie, das Recht, die Politologie, die Pädagogik und auch die Ethik, also alle Fächer, die den Menschen von der Wiege bis zur Bahre formen und gefügig machen, im Sinne irgendwelcher höheren Mächte, the powers that be hat man früher das genannt und auf der englischen Wikipedia Normative Science steht es sogar noch deutlicher, dass Normative Science Informationsstrukturen sind mit einer versteckt eingebauten politischen Präferenz und Anwendungsfall ist insbesondere die Politikberatung und wir sehen, dass ja jetzt, wenn die WHO zum Beispiel die Definition einer Pandemie verändert, dann wird damit auch die Medizin normativ, dann wird sie sozusagen zum Werkzeug einer mächtigen Gruppe und das spaltet natürlich wieder die Gesellschaft zumindest in diejenigen, die diese Art von Wissenschaft missbrauchen oder als Werkzeug verwenden für ihre eigenen Zwecke und sie erzeugen natürlich bei der Bevölkerung dann ein völlig falsches Bild von Wissenschaft, nicht? Trust, Trust, Science kann man in der Form nicht mehr sagen, denn es handelt sich nicht um Science. Und es ist ja auch so, dass bei der Wissenschaft, so wie ich sie heute empfinde oder wie ich sie heute erlebe, eben auch die Intuition, das Herz, das sind alles Dinge, die werden ausgeschlossen. Also dabei sind wir ja eigentlich, wenn man so will, wir irren uns ja viel mehr mit dem Verstand als mit unserer Intuition. Also unsere Entscheidungen, die wir aus dem Verstand heraustreffen, sind ja oftmals auch falsche Entscheidungen. Entscheidungen, die wir aus dem Herzen heraustreffen, richtige Entscheidungen. Also muss auch die Emotion wieder in die Wissenschaft zurück. Naja, das ist eine sehr spannende Thematik. Das führt uns wieder zu etwas ganz anderem. Das führt uns zu der Sichtweise der Alchemisten, bei denen es ja einen inneren Weg gegeben hat, also eine innere Bildung und eine äußere. Und wir haben ja in unserer technokratischen heutigen Zeit diese innere Bildung, diesen inneren Entwicklungsweg komplett aus den Augen verloren. Der wird ja nirgendwo berücksichtigt. Und das ist natürlich ein Problem, denn Menschen, die nur diese äußere Entwicklung vollziehen und die vielleicht großartige Technokraten und Wissenschaftler in einem kleinen Fachbereich sind, die werden, weil ihnen diese Art von inneren Wissen fühlt, dann natürlich gewissenlos. Und das sagt die deutsche Sprache so schön. Also Fluss, See, Meer, das sind in Summe Gewässer. Hüge und Berge sind in Summe ein Gebirge. Und nur wenn ich ein breites, umfassendes Wissen habe und auch ein inneres, ein moralisches Wissen sozusagen, nur dann kann sich bei mir ein Gehwissen bilden. Das setzt dieses breite Wissen und diese Empathie voraus. Und da das aber gezielt verhindert wird im heutigen Bildungssystem, weil wir alle Spezialisten sind, verhindert man das Entstehen von Gewissen bei den Fachexperten und macht ihnen damit natürlich das Leben leicht. Denn hätten die so einen breiten Zugang, dann würden sie viele der Befehle und der Vorgaben ihrer Chefs in der heutigen Hierarchie einfach verneinen. Die würden sich dem System dann irgendwie entziehen. Deswegen brauchen wir diese gewissenlosen Fachexperten. Ja, sie würden mehr in die Vogelperspektive gehen und so Connecting the Dots, also die Punkte miteinander verbinden. Herr Professor Hörmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir möchten dieses Gespräch gerne nochmal ausführlich und direkt wiederholen bei Fairtalk. Wir planen auch immer nochmal eine Sendung zu machen zum Thema freie Energien, aber es gibt so viele andere Themen, über die ich gerne noch mit Ihnen sprechen möchte. Von daher erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, vor allem auch noch an Ihrem Geburtstag. Ja, für mich ist jeder Tag Geburtstag, nicht? Das ist schön. Ich mache mir das Leben schön und mache das für meine eigene Gesundheit und bis jetzt hat es immer gut geholfen. Aber das ist eine schöne Vision oder ein schönes Bild, jeden Tag Geburtstag zu haben, jeden Tag einfach zu feiern, jeden Moment zu feiern, jeden Augenblick zu feiern. Absolut, genau. Ich wünsche Ihnen dennoch verbleibende schöne Stunden jetzt an Ihrem Geburtstag und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen ebenso und gerne irgendwann bis auf ein nächstes Mal. Wir finden einen Termin. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Ich liebe Leute, die so ein Wissen haben, dass so, also, ich kann dem nur zuhören und da sind wir wieder beim Thema Verstand oder Intuition. Mein Verstand rebelliert natürlich teilweise und sagt, ja, das ist ja alles viel zu sehr, wie soll ich sagen, also, das ist viel zu sehr Wunschdenken, ja, weil ich habe jetzt gerade eine ganz andere Wahrnehmung hier von dem, was uns umgibt, aber mein Herz und mein Bauchgefühl sagen mir, da ist ganz viel dran und das ist so, er ist einfach, also, mich erfüllt das. Ja, ja, mich auch tatsächlich, also, ich habe mir im Vorfeld nochmal versucht anzusehen, womit er sich überhaupt beschäftigt und, also, ich habe ja, ich meine, es ist ja schon ewig lange her, irgendwie Interviews mit ihm gesehen zu haben, er ist ja jetzt nicht erst heute auf der Bildfläche aufgetaucht, aber ich habe hier so eine Liste und über Dinge, die er in epischer Vollständigkeit analysiert hat und die Missstände auch aufgezeigt hat und das ist Wissenschaft, Herrschaft, Geldsystem, Macht, Manipulation, Feindbilder, Genese, Demokratiesimulation, Gerechtigkeit, Spaltung, Ausbeutung, Kooperation und da habe ich aufgehört. Ist ja auch noch über Reinkarnation und so, das geht ja noch weiter. Genau, das könnten noch bestimmt noch 20 Stichworte weiter werden. Das kann man doch gar nicht fassen. Die Frage ist, warum hat der so gute Laune immer? Ja und das ist genau der Punkt, weil er eben das richtig macht. Und die Frage mussten wir gar nicht mehr stellen, weil das hat man gesehen. Genau. Er stellt sich einfach hin und sagt, natürlich werden wir das erleben. Du siehst es schon daran, dass er auch an seinem Geburtstag bereit ist, jetzt in so eine Sendung zu gehen und mit einer Fröhlichkeit und mit einer Positivität, die ansteckend ist. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Bin ich immer wieder dankbar für. Wie gesagt, ich kann das nicht alles, also ich glaube, keiner von uns, das ist ein Wissen, das so komplex ist, dass man, also ich werde mir die Sendung hinterher selbst nochmal anschauen müssen und bei dem einen oder anderen Punkt werde ich auf halbe Geschwindigkeit stellen, nachrecherchieren, weil da so vieles dabei ist, wovor ich jetzt zum ersten Mal höre und was mich einfach fasziniert. Und das ist der, das ist der Unterschied zu früher, früher, ich sage mal, vor 15, 20 Jahren hätte ich das für Spinnerei gehalten. Heute ist es für mich Spinnerei, sowas abzulehnen. Das hat sich einfach komplett gewandelt. Wieder besseres Wissen, ja vor allem. Genau. Also man kann, die meisten Leute, die sowas ablehnen, die sagen ja einfach, die beschränken sich ja darauf zu sagen, ja das ist doch Quatsch. Ja. Ist das, also wo ist da die Beweisführung? Ja vor allem, also Wissenschaft muss ja eigentlich davon leben, dass man einfach Fragen stellen darf, die man für, also die man jetzt für Spinnerei halten würde, aber die ja gestellt, also jede Freizeit. War das nicht das Orwell-Zitat? Ja. Was du vorhin hattest? Ja, so ungefähr. Das gehört ja auch ein bisschen zur Freiheit, ne? Ja. Einfach alles denken und fragen zu dürfen, ohne dafür in irgendeine blöde Ecke gestellt zu werden. Also was, auf den Moment freue ich mich, wo man noch viel mehr fragen darf, als man es jetzt darf, weil durch die Zensur und die ganzen Einschränkungen, die wir teilweise erleben, einfach man schon vorher eine Schere im Kopf hat bei einigen Themen. Wer ist jetzt Mann? Ich. Habe ich schon wieder Mann gesagt? Ja. Ich meinte mich damit. Ja. Vielleicht du nicht so sehr, aber doch, du ja letztendlich auch. Ist auch egal. Der eine darf ja so, der andere so. Wichtig ist, glaube ich, wie bei meinem Beispiel vorhin, auch das dann wahrzunehmen, also den Moment zu erleben und zu sagen, Moment mal, hier habe ich ja gerade eine Gedankenblockade, die muss jetzt mal weg. Ja. Also ja, klar, die hat irgendwie jeder und mir fallen die aber eben oft auf, tatsächlich. Und ich glaube, das gehört auch zu dieser Zeit der Transformation, in der wir uns befinden. Und bei Transformation meine ich jetzt nicht Klaus Schwab. Nein, natürlich nicht. Aber wie kommt man da überhaupt drauf? Also, klar, das ist, also, das ist offensichtlich, aber eben auch, also so weit von dem entfernt, wie ich leben möchte. Und ich würde es mal behaupten, und die meisten anderen auch, es ist nur irgendwie gut verpackt oder so verpackt, dass man, weil wenn man auf die Seite jetzt zum Beispiel geht vom World Economic Forum, dann denkt man ja erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Alle haben sich lieb und ganz tolle neue Welt. Und wenn man dann mal anfängt, dahinter zu blicken, dann fängt man ja erst das große Staunen an. Ja. Was das bedeutet. Also, was das für uns bedeutet, an kontrolliert werden, an Kontrolle, an, an künstlicher Intelligenz, die eingesetzt werden soll. Ich war zum Beispiel total erstaunt, als ich... Ja, aber nur wenn wir es zulassen. Ja, genau. Aber ich war erstaunt, als ich neulich ein Interview gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, von Yuval Noah Harari, der hat das Buch irgendwie eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben. Und das ist, also ich finde dieses Buch eine kurze Geschichte der Menschheit, muss ich sagen, großartig. Ja, ich liebe das. Aber er ist unter anderem einer der Berater von Herrn Schwab. Da war ich erstaunt. Er ist quasi sozusagen sogar der Chefberater. Ja, also negativ erstaunt war ich da. Ja, ja, genau. Das wäre auch eine Frage, das ist interessant, dass du das aufbringst, weil das ist eigentlich eine Frage, die ich dir eigentlich schon seit Wochen stellen wollte, weil du hast mir das auch ja... Ich habe den Noah Harari nicht gelesen. Ich schaffe es einfach nicht, immer alles zu lesen, was gerade irgendwie in ist. Beziehungsweise das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Aber, ja, das ist der Mann, der diese transhumanistischen Ideen also wirklich bis zum Get-No ausformuliert hat. Also, hm. Also unter dem Aspekt interessiert mich das schon. Unter dem Aspekt ist schon interessant, was steht denn in diesem Buch drin? Hier, die Regie sagt mir gerade, wir... Ja, ja, genau. Er sagt gerade, wir ziehen die Empfehlung zurück. Ich gebe das mal so weiter. Aber nee, das ist ja jetzt wieder sehr dogmatisch im Sinne von, ich meine, der kann ja ein gutes Buch geschrieben haben und dann kann er irgendwann danach angefangen haben, sich zu irren oder wie auch immer. Ja, also, das... Nee, ich glaube nicht, dass der sich irrt. Das gehört alles zusammen. Aber wie gesagt, ich weiß tatsächlich auch nicht so viel über den, weil ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe jetzt auch die ganzen Reden mir nicht angehört und nur quasi mal ein paar Ausschnitte davon gesehen. Na, ich habe das Buch schon gelesen und habe wirklich extrem viel daraus an Dingen erfahren, wo ich immer gedacht habe, wow, das hätte ich eigentlich gerne in der Schule gelernt, aber da habe ich es erfahren. Also, spannendes Buch und humorvoll geschrieben. Ja, der, ich meine, der kann ja so ein Buch, also, der kann ja solche Ideen auch nicht... Wenn er ein dummer Mensch wäre, dann könnte er ja auch solche Ideen nicht entwickeln. Na, er hat zum Beispiel in einem anderen Interview irgendwann auch gesagt, aber wie gesagt, das ist schon viele Jahre her, ich weiß nicht, wann das erschienen ist, kurze Geschichte der Menschheit, da hat er in dem Zusammenhang in einem Interview gesagt, also, da war dieses ganze Thema World Economic Forum und so noch überhaupt nicht präsent. Da kannte ich auch den Namen Klaus Schwartner nicht. Aber da hat er damals in einem Interview gesagt, also Harari, dass es quasi heutzutage für jeden Menschen selbstverständlich sein sollte, mindestens zwei Stunden am Tag zu meditieren. Und da dachte ich, wow, der, also, weißt du, der spricht irgendwie eine Sprache, das fühle ich auch so. Und deswegen war ich so erstaunt, als ich neulich dieses Interview sagte, wo tanzt der denn rum? Also, das hat bei mir eine kognitive Dissonanz ausgelöst. Alle tanzen da rum. Das ist echt krass. Wahnsinn. Also auch diese Freedom-Plattform, für die sie sich ausgegeben hat, Telegram, der Telegram-Betreiber, der taucht auch bei denen auf der Seite, also der wird bei denen auf der Seite geführt. Ja, der ist einmal da gewesen. Weißt du, da sind wir doch wieder an genau dem Punkt, Spock. Ganz ehrlich, wir wissen gar nichts. Wir können nur mit unserer Intuition erspüren, was gut für uns ist oder was wir als gut empfinden und richtig empfinden und was als schlecht. Weil im Moment ist es tatsächlich einfach so, du kannst, ich glaube, selbst wenn du, keine Ahnung, auf diesem Zettel hier hättest du dokumentiert und abgestempelt und alles die genaue Geschichte hinter der Corona-Sache stehen. Das wird da stehen. Das könnte alles offiziell beglaubigt sein. Das würde trotzdem keiner glauben, weil mittlerweile jede Information auf den Kopf gestellt wird, gedreht wird, 56 Mal neu dargestellt wird und du einfach in dieser Informationsflut mit dem Verstand irgendwann durchdrehst und erstickst und deswegen sind wir da wieder beim Herzen. Aber es gibt, genau, es gibt nämlich ganz viele Dinge, die im Moment auch vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die kann man aber auch, die kann man auch sehen. Ja. Da muss man nur hingucken. Also ich erlebe das auch. Ist ein Beispiel konkretes? Ja, das ist, ich habe ein Beispiel im Kopf, das erzähle ich dir aber. Alles klar. Cliffhanger. Off-Camera. Finde ich gut. Off-Camera. Das geht hier nicht. Ja, gut. So, ich wollte ja noch ankündigen. Nachrichten wolltest du noch vorlesen. An dieser Stelle, genau, ja, 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 ja. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich ein kurzes Stück auf dem Klavier spiele. Also ich habe was, ich habe was Neues. Ja, kann man das komponiert nennen? Das komponiert klingt immer so hochgeschaut. Also ich habe was Neues irgendwie. Ja, ja, mach dich ruhig runter. Zurecht. Mit deinem, wie sagt man, erstellt. Mit deiner Musik, ja. Ich weiß aber noch überhaupt gar nicht, ob ich das kann. Natürlich ist das eine Komposition. Ja, ne? Ist eine Komposition. Mach dich doch nicht runter. Nee, mach ich nicht. Natürlich ist das eine Komposition. Gut. Und danach haben wir dann noch die zum ersten Mal die Jens-Live-Nachrichten. Das ist doch alles Fake News, oder? Natürlich. Natürlich. Ach, jetzt müssen wir wieder warten, bis das Ding da bootet, ne? Das Klavier. Ja, das ist hier sozusagen, das braucht ein paar Sekunden, bis das läuft. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das finde ich gut. Kann man da ein T-Shirt machen? Schnauze, Jens? Finde ich großartig. Das muss ich haben. Dann machen wir eine neue Sendung draus. Schnauze, Jens, finde ich super. Ich halte einfach die ganze Zeit meine Klappe. Wunderbar. Das ist ein Format. Wir sitzen quasi gemeinsam einfach hier. Ihr sitzt vorm Bildschirm und wir schweigen. Und da werden jetzt die Kritiker hier, die sich anonym dann immer einloggen. Könnt ihr das ja mal eine Minute probieren. Gucken, was passiert. Und Freude daran haben, dann zu schreiben. Ja, endlich hören Sie auf. Das ist auch immer lustig, dass ich so denke, also konstruktive Kritik finde ich ja super. Also wenn mir jemand konstruktiv was sagt, spitzenmäßig, aber einfach so anonym was rauszuhauen, wo ich immer denke, was für eine verschwendete Zeit. Also würde ich nie auf die Idee kommen. Ich würde nie auf die Idee kommen, in so einem Kanal mich hier aufzuhalten und irgendwie was zu tippseln, um jemanden runterzumachen und dann nicht mal mit meinem Namen. Und würde dann denken, also in der Zeit würde ich doch, keine Ahnung, mich lieber mit dem Mädel treffen oder mit meiner Frau essen gehen. Also ich in dem Fall mit meiner Frau essen gehen und nicht mit dem Mädel treffen, aber du weißt, was ich meine. Du könntest dich mit dem Mädel treffen. Achso, ich dachte in der Reihenfolge. Nee, nee. Aber gut. Nee, ist ja wie sinnlos auch, irgendwo sich eine Sendung anzugucken, die man scheiße findet und dann ständig festzustellen, wie scheiße man die findet. Das ist super. Ich hoffe, ich meine, wie dämlich kann man sein. Ja, weiß ich gar nicht, ob das, also ich verstehe es einfach nicht. Also wie sinnlos. Ja. So, Nachrichten. Die Nachrichten. Wolltest du anfangen? Oder hast du sie auch da? Ja, ne? Wir lesen, wir lesen sozusagen. Ja, aus unserer Fairtalk-Nachrichtenredaktion kam das oder so, ne? Genau. Brauchen wir irgendwie so einen Opener dafür? Nee. Ist das noch die Melodie? Ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Das ist die einzige, die mir einfällt. Wahrscheinlich irgendwie aus den 80ern. Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Copyright-Strike. Keine Ahnung. Na, glaube ich nicht. Also, die Nachrichten. Mainzer Pharmakonzern kündigt Schutzimpfungen gegen Impfkritik an. Impfkritik sei eine ernstzunehmende Erkrankung, die sich derzeit seuchenartig ausbreite, so ein Sprecher gegenüber der Fairtalk-Redaktion. Der neue, in zwölf Minuten vom Pförtner entwickelte LMAA-Impfstoff werde auch den letzten Impfverweigerer überzeugen, sich gegen Covid immunisieren zu lassen. Hierfür benötige es zunächst sechs Injektionen innerhalb von 30 Minuten. Erste, selbstmanipulierte Studien seien sehr erfolgsversprechend, so der Chef des Pharma-Riesen persönlich. Die Probanden hätten bereits nach der vierten Spritze eine wunderbare Scheiß-Egal-Haltung eingenommen. Kritik an der Transparenz der Studie wies der Konzern indes deutlich zurück. Man werde die Daten schnellstmöglich der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies solle noch vor dem Jahr 2540 geschehen. Ach, das ist ja rechtzeitig. Ja, haben wir mehr Meldungen? Ja, wir haben noch eine. Wirtschaftsminister Robert Habeck bringt neben Gas auch noch eine starke Idee aus Saudi-Arabien mit, die das Zusammenleben von Menschen hierzulande erheblich revolutionieren könnte. Wenn ein deutscher Mann zukünftig bis zu acht Ehefrauen habe, so würden sieben Ehemänner überflüssig werden, was den CO2-Ausstoß drastisch senke. Während er in seinen Privatjet stieg, rief er unserem Korrespondenten noch zu, ja, das wollen wir. Und weil es so schön ist, bleiben wir gleich bei den Grünen. Genau. Wir bleiben bei unserer letzten Meldung bei den Grünen. Die grünen Bundestagsabgeordnete Svantje Michaelsen hat sich angesichts der gestiegenen Spritpreise gegen einen sogenannten Tankrabatt ausgesprochen. Dieser sei nicht nur ökologisch und sozialer Unsinn, sondern verstoße auch gegen die Geschlechtergerechtigkeit. Denn Männer fahren häufiger Auto und längere Strecken als Frauen und würden daher überproportional davon profitieren, monierte Michael Ilsen auf Twitter. Okay, also. Die war echt. Nee, also die war echt zu fake. Nein, die letzte war echt. Jens, binde mir doch keinen Bären auf. Nein, das tue ich nicht. Kannst du recherchieren. Hat die wirklich getwittert? Ich bin ja auch dafür, für Gerechtigkeit. Niemand hat was gegen Gerechtigkeit. Und natürlich muss dieser ganze Patriarchatswahnsinn aufhören und so. Aber also das ist wirklich, und ich meine, ich habe das gelesen und habe irgendwie auch gedacht, das ist eine Satiremeldung. Und nee, das ist genauso gemeint. Ja, aber es erheitert einen. Ja, okay, der hat mich, das erheitert mich dann auch. Ja, okay, das war kein Beispiel von Kopf auf die Füße stellen. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Genau, und das ist genau der Punkt. Wer weiß, wofür es gut ist. Nein, es muss einfach so deutlich werden. Genau, das ist genau der Punkt. Am Ende, und das ist auch wieder etwas, um in die, ich sage mal jetzt, Versöhnung zu kommen und raus aus diesem Dagegen zu kommen, wer da was macht. Am Ende ist es so, dass es ein Teil dieses ganzen Prozesses ist, dieses ganzen Wandelprozesses ist. Und dass wir, dass wir, es gibt, dieses Buch suche ich, seitdem ich das zum ersten Mal in dieser Sendung schon gesagt habe und ich finde es einfach nicht wieder, beziehungsweise ich finde genau diese Stelle nicht wieder, in dem steht, dass man am Ende den Menschen am dankbarsten sein soll, die im Leben für am meisten Trouble gesorgt haben, weil man durch sie am meisten lernen durfte. Ich werde das irgendwann finden. Welches Buch war es denn? Ich weiß das nicht. Ach, du weißt das nicht. Ich habe so viele spirituelle Bücher zu Hause stehen und ich hatte jetzt schon mal zwei, drei wieder in der Hand und normalerweise habe ich hier immer so einen... Also wenn wir jetzt Florian hier hätten, dann würde er sagen, das ist ganz klar, das ist ein Zitat von mir. Ja, genau, Florian Hommann zieht es. Ja, genau. Nee, aber ich markiere mir diese Sachen, also wenn mir etwas besonders ins Auge fällt in jedem Buch, dann habe ich immer zwei, drei dieser Stifte. Aber wer weiß, ob du diese Stelle damals schon als bemerkenswert markiert hast? Doch, das weiß ich. Ich finde nur das Buch nicht wieder und die Stelle nicht wieder. Aber ist auch egal, es gibt sie. Ich habe sie nicht geträumt, sondern es gibt sie. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und wahrscheinlich ist das auch nicht die erste Stelle, wo das drinsteht. Spock. Jens. Danke dir für den schönen Abend. Ja. Danke, selber. Freue mich aufs nächste Mal. Wir waren live. Ja. Und morgen Abend das Interview kurz nachgefragt mit Jimmy C. Gerum ab 21 Uhr hier auf Fairtalk TV. Und ich kann schon mal verraten, wir haben den ein oder anderen spannenden Gast jetzt auch wieder bei After Dark. Das stimmt. Ja, dank Spock unter anderem auch. Aber ich sage noch nicht, wer das ist. Dankeschön. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Danke euch fürs Zuschauen, genau. Danke für eure Unterstützung und alles Weitere. Und wir bleiben fröhlich. Liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss. 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 Tschüss.